Willkommen zu dieser nächtlichen Heilmeditation. Das ist eine Zeit nur für Dich. Eine Zeit, um Dich vollständig zu entspannen, loszulassen und Heilung auf allen Ebenen Deines Seins zu erfahren. In dieser Meditation werden wir uns mit Deinem Körper verbinden, um alle Wunden, die Du vielleicht trägst, liebevoll zu heilen. Du musst jetzt nichts mehr tun. Du darfst einfach nur sein. Spüre, wie die Last des Tages von Dir langsam abfällt, wie Du zur Ruhe kommst, wie Du entspannst. Atme tief ein und langsam sanft wieder aus. Sprecher, wie du siehst. Sprecher, wie du siehst. WIRGOMEN Mit jedem Atemzug singst du tiefer in den Moment der Ruhe und der Stille. Erlaube dir jetzt, den Tag hinter dir zu lassen. Alle Gedanken, die vielleicht noch in deinem Kopf kreisen, dürfen sich für den Moment verabschieden. Es gibt nichts, worüber du nachdenken musst. Alles Wichtige kann warten, auch bis morgen früh. Du bist hier sicher und du kannst dich fallen lassen. Nicht kontrollieren, einfach nur beobachten. Fühle die Luft an deiner Nase, deinem Mund. Nimm wahr, wie sich Brustkorb und Bauch sanft heben und senken. Nimm. 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 Wähle den Ort, an dem du dich vollkommen sicher und ruhig fühlst. Nimm dir die Zeit, um diesen Ort ganz bewusst wahrzunehmen. Sieh die Farben, spüre die Luft, rieche die Düfte um dich herum. Alles um dich herum ist friedlich und still. Du bist in absoluter Sicherheit. Hier an diesem Ort darfst du alles ablegen, was du nicht mehr brauchst. Du kannst sie für diesen Moment einfach loslassen. Du bist in absoluter Sicherheit. Stell dir vor, wie diese Lasten langsam von dir abfallen, wie Wolken die sanft verwehen. Du wirst leichter und freier mit jedem Atemzug. Du bist in absoluter Sicherheit. Du bist in absoluter Sicherheit. Jetzt in diesem Raum der Ruhe und Sicherheit bist du bereit, Heilung zu empfangen. Die Heilung deines Körpers. Sie beginnt mit der Anerkennung dessen, was du gerade brauchst. Die Heilung deines Körpers. Diese Zeit jetzt ist für dich da, um all das, was Heilung sucht, in dir zu beruhigen, zu nähren und zu heilen. Erlaube dir, ganz präsent zu sein. Fühle, wie dein Atem dich noch tiefer in diese friedliche Stille bringt. Du bist sicher. Du bist geborgen. Du bist sicher. Du bist sicher. Du bist geborgen. Du bist geborgen. Du bist geborgen. Du bist sicher. Du bist geborgen. Du bist sicher. Du bist geborgen. alles ist gut genauso wie es jetzt ist hat mir noch einmal tief ein und wieder aus lass los jetzt es geht noch einmal tief ein und wieder aus und wieder aus und wieder aus und wieder aus Lass alles los, was du nicht mehr brauchst. Alles, was dich heute belastet, darf nun gehen. Dein Körper kann nun ganz in die Ruhe und Heilung eintauchen. Du darfst einfach sein. In diesem Moment gibt es nichts mehr zu tun, außer loslassen. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bring deine Aufmerksamkeit nun auf deinen gesamten Körper. Fühle erstmal die Unterlage unter deinem Körper und dann bring deinen Fokus langsam auf deine Füße. Lass deine Füße nach außen fallen. Mit jedem Atemzug lass jede Anspannung in ihn los. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Geh weiter zu deinen Beinen, deinen Knien und deinen Oberschenkeln. Erlaube ihnen, schwer zu werden und vollkommen loszulassen. Lass sie tief in die Unterlage sinken. Und nun, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Spüre dein Becken, dein Rücken und deinen Bauch. Mit jedem Atemzug sinkt dein Körper tiefer in die Entspannung. Spüre dein Becken, dein Rücken und deinen Bauch. Lass deine Schultern schwer werden, entspann deine Arme und Hände. Dein Hals, dein Kiefer, deine Gesichtsmuskeln, alles wird weicher und ruhiger. Dein Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu einer Körperregion, die vielleicht besonders Zuwendung benötigt. Ein Bereich, der sich müde oder erschöpft anfühlt, angespannt oder schmerzhaft ist. Nimm diesen Bereich mit all seinen Facetten wahr. Fühle hinein. Jetzt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Nun stell dir vor, dass du mit deinem Atem Heilung zu deiner Stelle sendest. Lass den heilenden Luftstrom zu dieser Stelle fließen. Er ist warm und beruhigend, fließt mit jedem Atemzug sanft durch deinen Körper. Beginn Blockaden oder Spannungen zu lösen. Untertitelung des ZDF, 2020 Spüre, wie dieser Luftstrom in jede Zelle eindringt, sie nährt und sie von innen heraus repariert. Lass ihn in Wellen durch deinen gesamten Körper strömen. Mit jedem Atemzug wird es intensiver und kräftiger. Du kommst immer tiefer in Kontakt mit dieser Körperregion. Passage. Passage. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles darf nun heilen auf ganz natürliche Weise. Der Luftstrom breitet sich immer weiter aus. Der Luftstrom breitet sich immer weiter aus. Er durchdringt Wunden oder Schmerzen, Blockaden oder Verspannungen. Er durchflutet Muskeln, Knochen, Haut und Gewebe. Er durchflutet Muskeln, Knochen, Haut und Gewebe. Jede Zelle wird mit diesem Luftstrom berührt. Sie beginnt sich zu regenerieren. Sie wird stark, gesund und voller Leben. Spüre, wie alles immer kleiner wird, wie alles von der heilenden Energie umhüllt und transformiert wird. Du musst nichts erzwingen. Dein Körper weiß, wie er heilt. Vertraue darauf, dass dieser Prozess gerade jetzt geschieht. Lass den Luftstrom weiter fließen. Und wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil deines Körpers nach Heilung sehnt, dann lenke deine Aufmerksamkeit auch dorthin. Und wenn du bemerkst, wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil des Körpers nach Heilung sehnt. Und wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil des Körpers nach Heilung sehnt. Dein Körper wird mit neuer Energie durchflutet und gleichzeitig tief in der Ruhe gehalten. Und wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil des Körpers nach Heilung sehnt. Und wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil des Körpers nach Heilung sehnt. Alles, was nicht mehr zu dir gehört, darf jetzt gehen. Spüre, wie du leichter wirst, wie du freier atmest, wie der Fluss der Energie in deinem ganzen Körper immer stärker wird. Und wenn du bemerkst, dass sich ein anderer Teil des Körpers nach Heilung sehnt. Dein Körper ist ein wundersames Wesen, fähig zur Heilung und zur Erneuerung. Spüre, wie sich jede Zelle in dir erneuert, wie sie aufleuchtet. Du bist in einem Zustand tiefer Heilung. 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 Dein Körper ist die Allgemeine весьmehinje entstand. Nun lade ich dich ein, dieses Gefühl von tiefer Heilung und innerem Frieden in dir zu verankern. Spüre, wie sich dein Körper nun vollständig entspannt. Dein Körper sich ruhig anfühlt. Dein Atem fließt gleichmäßig und natürlich wie die Wellen eines ruhigen Meeres, sanft und ohne Eile. Dein Herz schlägt in einem beruhigenden Rhythmus und dein gesamtes Wesen ist in einem Zustand tiefer Ruhe. Lass nun all die heilenden Energien in deinem ganzen Sein verankern. Lass nun all die heilenden Energien in deinem ganzen Sein verankern. Du bist sicher, du bist geborgen. Du bist in deinem wahren, heilenden Kern angekommen. Auch wenn du gleich in den Schlaf gleiten wirst, bleibt dieser heilende Luftstrom bei dir. Er wird weiter für dich wirken, deinen Körper in der Tiefe heilen und erneuern, auch wenn du schläfst. Es gibt nichts mehr, was du tun musst. Nichts mehr, worüber du nachdenken musst. Du hast den Raum geschaffen, um vollständig loszulassen und tiefen, erholsamen Schlaf zu finden. Sag dir innerlich. Ich lasse los und vertraue dem Fluss der Heilung. Ich bin sicher, ich bin in Frieden. Ich bin heil. Du darfst dich nun fallen lassen. Ich bin heil. Ich bin heil. Spüre, wie du in die Weite der Stille eintauchst. Diese Stille ist friedlich und voller Heilung. Du gleitest nun sanft in den Schlaf, begleitet von dieser inneren Ruhe und dem Wissen, dass die Heilung auch im Schlaf fortgeführt wird. Dein gesamtes Wesen darf sich erholen, regenerieren und in Harmonie bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue darauf, dass du morgen mit einem Gefühl von Frische, Stärke und innerer Ruhe aufwachen wirst. Vertraue und glaube, es hilft, die göttliche Kraft! Dein Geist wird klar sein, deine Seele wird leicht sein und dein Körper wird sich erneuert und gestärkt anfühlen. Erlaube dir, diese heilende Reise im Schlaf fortzusetzen. Lass los! Du bist sicher, du darfst jetzt schlafen. Gute Nacht! Gute Nacht! Lass Shipraben! Gute Nacht! Deine Geist wird angekündigt tot adher Marriage habe immerhin Jesper her. tribe laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020